Also der zweite Punkt zum Thema Feuchteschutz, den hätten wir jetzt beleuchtet. Es geht um die Oberflächentemperatur, haben wir über Bauteile und Wärmebrücken gesprochen. Haben wir einerseits diesen Mindestwärmeschutz bei Bauteilen. Und wir haben gesehen FRSI und das sind die Wärmebrücken. Das sind die zwei Punkte, die wir da betrachten müssen. Jetzt haben wir gesehen, es gibt noch zwei andere Themen beim Feuchteschutz. Einmal der Schutz vor Schlagregen und Erdfeuchte oder Feuchte, die im Erdreich steckt. Da gibt es natürlich auch zahlreiche Standardvorgaben. Wenn wir da in die Norm gucken, dann sehen wir, da ist es geregelt, welche Schichten meinen Feuchteschutz regeln. Ich gehe da gerade noch mal ins Tabellenbuch rein. So, Feuchteschutz. So, da sind wir im Bereich Schlagregenschutz unterwegs. Also es regnet und drinnen darf es nicht nass werden. Also Schutz vor Schlagregen, wenn der Wind sozusagen den Regen gegen die Außenwand drückt. Das können Sie sich im Tabellenbuch schon mal gut anlesen. Das, was da letzten Endes geregelt ist für Außenwände. Ja, ich spreche jetzt erstmal nur über Außenwände. Es gibt unterschiedlich stark beanspruchte Gegenden in Deutschland. Das sieht man an dieser Landkarte. Je dunkler, desto beanspruchter ist die Fassade, weil ich mehr Wind habe in der Regel. Das heißt, es gibt drei Beanspruchungsgruppen in Deutschland, die die Sicherheit oder die die Anforderungen definieren an die Schlagregensicherheit. Das heißt, man muss gucken, wo steht jetzt mein Gebäude. Wenn mein Gebäude zum Beispiel in Koblenz steht, dann habe ich erstmal die Beanspruchungsgruppe 2. Aber wenn ich eine exponierte Lage habe, also wenn mein Gebäude besonders irgendwo heraussticht, weil es auf einem Bergrücken liegt oder oben auf der Kartause vielleicht am Stadtrand steht, dann sollte man lieber eine Kategorie höher wählen aus Sicherheitsgründen. Also nicht stur an diese Grafik hier halten. Wenn sie natürlich irgendwo in Berlin, um Berlin oder sonst wo ist, dann ist klar, in welcher Beanspruchungsgruppe sie sind. Aber auch da könnte man sagen, am Stadtrand, wo der Wind freies Spiel hat, warum sollte man da nicht auf die nächsthöhere Kategorie gehen? Und dann ist es für Außenwände entsprechend geregelt. Für Putze und Beschichtungen von Außenwänden sind bestimmte Werte geregelt. Das ist die Wasserdampfaufnahmefähigkeit. Das sind dann Themen oder Kennwerte, Kenngrößen, die Sie im Bereich oder die Sie im Modul Baustoffkunde nochmal ausführlich kennenlernen werden. Wie die bestimmt werden, worin die zu finden sind. Für uns oder welche Mörtelgruppe Sie nehmen dürfen. Denn für uns ist eigentlich diese Tabelle hier maßgeblich. Das heißt, Sie finden hier die Spalten 1 bis 3. Das sind die Beanspruchungsgruppen 1 bis 3. Und Sie finden dann in den Zeilen 2 bis 8 die Konstruktionen Ihrer Außenwände. Das heißt, wenn ich das Wärmedämmverbundsystem habe, dann bin ich in Zeile 7. Dann steht da Wände mit Außendämmung durch ein WDVS, Wärmedämmputzsystem oder ein Wärmedämmverbundsystem. Wenn ich so ein Produkt verwende, kann ich alle drei Beanspruchungsgruppen direkt abdecken und bin schlagregensicher. Und je nachdem, wo Sie jetzt unterwegs sind, wenn Sie jetzt zum Beispiel haben ein einschaliges Sichtmauerwerk, also wenn Sie jetzt im Altbau unterwegs sind und Sie haben ein einschaliges Sichtmauerwerk, eine einschalige Ziegelwand inklusive Innenputz, dann brauchen Sie eine Wandstärke, die vorgegeben ist. Und bei Beanspruchungsgruppe 3, also ich bin jetzt in Zeile 3 und in Spalte 3, dann kann ich mit einem einschaligen Sichtmauerwerk halt gar nicht mehr hinkommen. Das reicht nicht, dann kommt der Schlagregen irgendwann durch die Fugen. Brauche ich schon ein zweischaliges Verblendmauerwerk. Also da guckt man eigentlich rein in diese Tabelle. Sie haben sich für eine Konstruktion entschieden und die Anforderungen, die ergeben sich dann aus dieser Tabelle hier. Das heißt, wenn Sie eine Außenwand in Holzbauart wählen, Zeile 8, dann müssen Sie einen Wetterschutz entsprechend der DIN 68800 Teil 2 realisieren. Muss man da nochmal reingucken, wie das aussieht. Also das hier ist eigentlich die Übersichtstabelle, die Ihnen bei Außenwänden zum Schutz gegen Schlagregen hilft, sich da einzusortieren. Ja, also das ist für uns erstmal die zentrale Tabelle. Welche Eigenschaften dann konkret der Putz haben muss, welche Mörtelgruppe ich verwenden muss, das ist dann nicht mehr Aufgabe der Bauphysik. Das ist ein Job der Ausführungsplanung, Architektur oder dann auch der Baustoffprüfung. Baustoffkunde ist das dann bei uns. Da werden Sie sehen, was ist denn jetzt hier ein Putz 1, 2, was ist ein CS-Putz und so weiter. Wie wird das geprüft, wie raus besteht der und so weiter. Das ist Baustoffkunde. In der Bauphysik definieren wir nur die Anforderungen an den Schlagregenschutz. Also Schlagregenschutz, simple Sache. Kommen wir jetzt zu den Anschlüssen und Details. Und da gibt es eben auch Standarddetails, die Sie jetzt hier finden. Das ist dann auch aus dem Tabellenbuch Teil Feuchteschutz aber rausgenommen. Jetzt nicht aus dem Tabellenbuch, sondern aus dem Fachbuch Bauphysik für Feuchteschutz. Und da sind jetzt dargestellt eben diese Übergänge. Übergänge, jetzt hier zum Beispiel der Übergang von einer monolithischen Außenwand mit Außenputz im Bereich des Sockels. Also der Übergang zum Erdreich und im Erdreich muss ich dann mit Abdichtungen arbeiten. Diese gestrichelte, dicke gestrichelte Linie hier, das ist eine Abdichtungsbahn oder Abdichtungsschicht, Abdichtungsebene. Das ist dann hier auch nochmal entsprechend angegeben, die Nummern. Also da haben wir 12, 13, 14, 15. Kann man sich dann anschauen, was das alles ist. Und wie ich sozusagen dann ein dichtes Gebäude realisieren kann. Welchen Job hat jetzt die Bauphysik an der Stelle? Die Bauphysik ist nicht dafür zuständig, die Abdichtung zu planen. Punkt. Es ist nicht Gegenstand der Abdichtungsplanung. Die Bauphysik ist nicht dafür zuständig, die Abdichtung zu planen bei erdberührten Bauteilen. Sie ist auch nicht dafür zuständig, den Schlagregenschutz sicherzustellen. Aber wir müssen natürlich trotzdem diese Konstruktionen kennen, weil wir haben ja hier auch eine Wärmebrücke. Wir haben ja trotz allem hier eine Wärmebrücke. Das heißt, es ist baukonstruktiv interessant und wichtig zu wissen, wie diese Konstruktionen aussehen. Und da kommen jetzt noch eine ganze Reihe von Konstruktionen. Das heißt, Sie schauen sich, wenn Sie Ihr Detail entwickeln, auch immer an, wie sieht das denn aus Feuchteschutzsicht aus. Gerade diese Sockel, diese erdberührten Bauteile oder hier Sockelausbildung, wenn ich oberhalb des Erdreichs ein zweischaliges Mauerwerk habe mit einem Verblender. Und hier eine tragende Wand, hat zwischen eine Wärmedämmung. Wie sieht denn so ein Sockeldetail aus? Aus Abdichtungssicht und Wärmebrückensicht in einem sozusagen. Wärmebrücke ist harmlos, weil hier die Dämmung durchläuft. Aber die Abdichtungssicht ist dann interessant. Die Bauphysikerinnen, der Bauphysiker, die müssen natürlich das energetische Thema im Auge behalten. Abdichtungsthemen sind nicht ihr Job. Ich sage das deswegen so häufig, weil ganz viele Architekten denken, Abdichtungsplanung ist bauphysikalische Planung. Und das ist nicht so. Sondern die Planung der Abdichtung ist originäre Architektenaufgabe. Ihr Job für die Bauphysik, das ist dieser klimabedingte Feuchteschutz. Das sind Aufgaben der Bauphysik. Also zwei und drei. Das sind tatsächlich Aufgaben der Bauphysik. Die müssen Sie bringen. Die Abdichtungsplanung, die Schlagregenschutzplanung und so weiter. Das muss der Architekt machen. Das sollten Sie auch nicht freiwillig tun. Warum nicht? Weil wenn Sie was planen, dann haften Sie auch für Planungsfehler und Planungsmängel Ihrerseits. Wenn Sie dann irgendwas angeben zu einer Abdichtung und die Abdichtung, die Planung dazu, die stimmt nicht, dann haften Sie dafür. Obwohl es gar nicht Ihr Job gewesen wäre. Insofern machen Sie nur das, für das Sie auch beauftragt worden sind, was Sie auch planen können. Es gibt eigene Planerinnen und Planer für die Planung von Abdichtungen, wenn es was komplizierter wird. Ansonsten ist das auch Aufgabe von Architekten, das zu tun bei der Ausführungsplanung. Baukonstruktiv heißt das, ist das natürlich trotzdem sozusagen Grundwissen, ungefähr zu wissen, wie so ein Detail, ein Sockeldetail aussieht, je nachdem, welche Konstruktionen ich da habe. Deswegen befinden sich diese Details auch in ihren Unterlagen. Wie sieht zum Beispiel so eine Anschlusssituation aus im Bereich des Rollladenkastens? Da sehen wir auch eine Abdichtungsbahn, die sich so über den Rollladenkasten drüber zieht, damit, wenn Feuchtigkeit eindringt, die hier auch wieder nach außen abgeleitet werden kann und eben nicht nach innen kommen kann. Aber die Planung, das ist wie gesagt nicht Ihr Job. Oder im Bereich des Holzbaus so ein Sockeldetail. Das heißt, das habe ich Ihnen deswegen in die Unterlagen gegeben, damit Sie Ihre Wärmebrücken auch inklusive quasi der erforderlichen Abdichtungsebene dann trotzdem skizzieren können. Wenn Sie später in der Bauleitung tätig sind, ist das natürlich auch wichtig für Sie zu wissen, wie sieht so ein Detail aus, weil wenn die Folie jetzt hier vergessen worden ist zum Beispiel, ist das ein tatsächliches Problem. Insofern ist es auch Job der Bauleitung, diese kritischen Details auch zu bauleiten exemplarisch und zu gucken, stimmen die oder stimmen die nicht. Das heißt, im Bereich Bauleitung müssen Sie die Details auch kennen. Industriebau, Sandwich-Element, Anschluss an die Sockelplatte, an die Fundamentgeschichte, auch mal dargestellt, Fenster- und Türanschlüsse. Also gucken Sie sich die Details passend dann zu Ihrem Haus an. Es macht jetzt keinen Sinn, dass ich die hier so durchwische, da merken Sie sich gar nichts, sondern nehmen Sie sich Ihr Projekthaus, schauen, wo sind Wärmebrücken, schauen Sie sich an den Wärmebrückenkatalogen, wie sind die wärmedämmtechnisch, wie sehen die aus und schauen in das Kapitel, wie sieht da die Abdichtungsebene aus und das müssen Sie dann zusammenfügen in Ihrer Details-Skizze für eine Wärmebrücke. Das ist quasi die Arbeit, die Sie im Projekt dann im Team, in der Gruppe machen müssen. Also macht gar keinen Sinn, das jetzt hier so durchzugehen, da kommt jetzt eine ganze Latte an Bauteilen, Fugenausbildung, Durchdringungen, alle schönen Punkte des Hauses sind hier schon mal dargestellt. Gehen wir mal weiter. Und so weiter und so weiter. Ja, also da kommen jetzt einige Detailpunkte. So, da höre ich jetzt mal auf. So, gehen wir nochmal hoch. Das letzte Kapitel, das heben wir uns noch für nächste Woche auf. Wir können also jetzt hier so quasi Detailpunkte Schlagregen beanspruchen, können wir einen Haken hinter machen. Ja, da gibt es auch wieder Standarddetails. Es ist nicht Job. Ja, gehört nicht zur Bauphysikplanung dazu. Nichtsdestotrotz müssen Sie es wissen als Bauleiter, als Ausschreibender vielleicht auch schon. Da müssen Sie es wissen. Oder wenn Sie Abdichtungsplanung später machen, müssen Sie diese Details kennen. Und jetzt dahin. Vielen Dank.